Mein Name ist Saskia Mestor. Ich arbeite bei der Firma Stahlkrebs in einem inhabergeführten Unternehmen, welches jetzt seit 1882 am Markt ist. Ich bin jetzt seit vier Jahren für die Firma tätig und betreue den Vertrieb mit Schwerpunkt Export. Für mich persönlich ist der größte Nutzen in Office 365 die Vielseitigkeit und die unterschiedlichen Tools, die Microsoft da bietet. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten einmal zum kommunizieren, so unter den Kollegen, aber auch unterschiedliche Möglichkeiten um Sachen darzustellen, um die grafisch abzubilden und auch um einfach vernetzt zu arbeiten. Was für uns als Unternehmen der größte Nutzen darin ist einfach, es ist eine moderne Arbeitsweise, es ist so wie es auch heutzutage immer üblicher wird und die jungen Menschen, die ins Unternehmen kommen, die können sich sehr gut damit identifizieren und fühlen sich etwas zu Hause dann in der Arbeitswelt. Die Arbeitsweise ist schneller geworden, die Kommunikationswege, die sind kürzer geworden. Dadurch, dass wir Teams nutzen und da mit allen relevanten Personen aus dem Unternehmen in einem Team vernetzt sind, muss man nicht drei unterschiedliche Leute anrufen, wenn man irgendwie kurzfristig zu irgendwas eine Antwort braucht oder irgendwie kurzfristig Ware rausbekommen muss, sondern man schreibt es einmal rein, jeder kann es lesen. Der wichtigste Punkt, den man als Unternehmen den Mitarbeitern geben sollte oder welcher für uns auch wirklich wichtig war, ist, dass man den Mitarbeitern Zeit gibt. Weil gerade ältere Mitarbeiter, die müssen sich erst mal daran gewöhnen, weil sie haben halt schon immer so gearbeitet und jeder kennt das, das war schon immer so und das lief auch immer gut so. Es dauert einfach ein bisschen, man muss sich daran gewöhnen und man muss ein bisschen sich daran tasten können. Und wenn man von Anfang an sagt, das ist jetzt da, du musst das für alle Wege nutzen, das ist unserer Erfahrung nach nicht der richtige Weg, sondern wir hatten immer die Zeit, jeder konnte sich daran tasten und langsam Stück für Stück das für sich integrieren, sodass man persönlich sich immer wohl gefühlt hat auch damit. Die Zusammenarbeit mit der GOB für uns als Unternehmen Stahlkrebs ist sehr einfach und schnell geworden. Also unsere Ansprechpartner, die wir in der GOB haben, die sind immer für uns da. Wir können die jederzeit erreichen, egal ob per E-Mail oder per Telefon und sind auch, so wie wir das als Unternehmen auch, sind immer auf Neues bedacht. Man guckt immer nach vorne. Was gibt es Neues? Was kann ich ändern? Oder geben auch uns Ideen und unterstützen uns dabei, wie wir unseren Alltag vereinfachen können oder leichter gestalten können. Und das kriegen wir einfach ganz klar von der GOB geboten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.